Es kommt sehr häufig vor, dass die Haut an den Eelenbogen rau ist, als uns das lieb wäre. Zu einem wirklichen Problem werden die Eelenbogen allerdings, wenn es auch zu einer Hautverdickung und zu einer Dunkelfarbung kommt. Solche Eelenbogen entsprechen nicht unserer Vorstellung von Ästhetik und es ist sinnvoll, rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Aber was können wir tun? Mancher greift vielleicht auf teure Kosmetika und Hautkuren zurück, die aber auch keine Wunder bewirken können und ihre Zeit brauchen, bis ein Effekt sichtbar wird. Deshalb empfehlen wir, in einer solchen Situation auch an einfache Hausmittel zu denken, die wirksam und gleichzeitig preiswert sind. Wir sind uns sicher, dass dir die folgenden Ratschläge sehr nützlich sein werden, wenn du deine rauen und trockenen Eelenbogen behandeln möchtest. Das Peeling gehört zur routinemäßigen, täglichen Schönheitspflege dazu. Manchmal nehmen wir uns nicht genug Zeit, um unsere Haut von abgestorbenen Zellen, Schmutz und anderen Verunreinigungen zu befreien. Tragen stattdessen nur eine Feuchtigkeitscreme auf und wundern uns, warum diese nicht wirkt. Die Feuchtigkeitscreme kann ebenso wie jede andere Behandlung, die wir im Rahmen der Hautpflege anwenden, auf sauberer Haut besser wirken. Und wie funktioniert ein Peeling der Eelenbogen? Nun sind deine Eelenbogen ausreichend vorbereitet, um von den im Folgenden genannten Hautpflegemitteln zu profitieren. Olivenöl tut auch trockener Haut gut. Wenn du noch andere Hautpflegemittel kennenlernen möchtest, lies doch auch diesen Artikel. Hausmittel gegen trockene Hautzutaten Einen Esslöffel Honig 25 Gramm Saft Einer halben Zitrone Zubereitung nachdem wir das Peeling der Eelenbogen durchgeführt haben. Können wir uns nun diesem Hausmittel widmen. Das uns zu weichen Eelenbogen mit elastischer Haut verhelfen kann. Kleiner als 7.120.678 Besser Sizes Desktop Generic Box Mittel Down Binde Größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Defined Slot 7.120.678 Besser Sizes Desktop Generic Box Mittel Down 300 250 336 336 280 DIVG PTA D150 339 179 06 47-0 Sertargeting Red Foltz Sertargeting Section 4 Sertargeting URL 5 Hausmittel für raue und dunkle Eelenbogen Sertargeting Topic Default Sertargeting Mafil Type Get MRFP Sert Clip Simpti Div True Add Service Google Tag Pubatz Google Tag Enabled Services Google Tag Display DIVG PTA D1503391790647-0 Vermische dazu die angegebenen Mengen Honig und Zitronensaft. Verwende dazu ein Gefäß, in dem du die Zutaten auch noch gut umrühren kannst. Nun gibst du dieses Mittel mit Hilfe eines Wattebausches auf die Ellenbogen und lässt es ein paar Minuten einwirken. Am besten du führst diese Behandlung durch, bevor du dich abends duscht. So kannst du das Mittel nach einer Viertelstunde in der Dusche mit lauwarmem Wasser abspülen. Realisiere diese Behandlung viermal pro Woche und du wirst schnell sehen, wie die Haut an deinen Ellenbogen weicher wird. Einfaches Hausmittel auf Basis von Rezinusöl Rezinusöl ist in Reformhäusern und Apotheken erhältlich. Es ist nicht teuer und lässt sich vielfältig einsetzen. Zum Beispiel um das Wachstum von Haaren und Wimpern anzuregen. Und welchen Effekt hat das Rezinusöl? Wenn es um trockene Ellenbogen geht. Im Rezinusöl stecken jede Menge gesunde Fettsäuren, die die Hautregeneration fördern. So wird unter der rauen, trockenen Hautjunge, weiche Haut gebildet. Die ungesättigten Fettsäuren im Rezinusöl, Z, B, Rezinolsäure, Linolsäure, Stearinsäure und die Hydroxystearinsäure, kombinieren zu einem sehr wirksamen Hautpflegemittel. Die Haut kann unter einer solchen Behandlung heilen. Was durch den antimikrobiellen Effekt des Rezinusöls noch verstärkt wird. Rezinusöl erweicht die Haut, was ihr ermöglicht, an Elastizität zurückzugewinnen. Du wirst sehen, wie deine Haut Tag für Tag weniger starr und sanfter wird. Hast du Lust, zu erfahren, was Rezinusöl noch alles kann? Anwendungsmöglichkeiten für Rezinusöl Wirksames Mittel für raue, schuppige Ellenbogen Nachdem wir das Peeling der Ellenbogen durchgeführt haben, können wir uns nun diesem Hausmittel widmen, das uns zu weichen Ellenbogen mit elastischer Haut verhelfen kann. Rezinusöl ist in Reformhäusern und Apotheken erhältlich. Es ist nicht teuer und lässt sich vielfältig einsetzen. Zum Beispiel um das Wachstum von Haaren und Wimpern anzuregen. Und welchen Effekt hat das Rezinusöl? Wenn es um trockene Ellenbogen geht, hast du Lust, zu erfahren, was Rezinusöl noch alles kann. Anwendungsmöglichkeiten für Rezinusöl Falls deine Ellenbogen sehr rau sind und die Haut an den Ellenbogen sogar manchmal einreißt und sich entzündet, was dir Schmerzen verursacht, dann empfehlen wir, dass du einmal dieses Heilmittel auf Basis von Aloe Vera ausprobierst. Du wirst schnell eine Linderung der Symptome verspüren und merken, wie die Aloe Vera deine Haut während des Heilungsprozesses unterstützt. Im Idealfall kombinierst du mehrere der hier vorgestellten Mittel zur Hautpflege. So gelangst du innerhalb kurzer Zeit zu sanften, hellen Ellenbogen. So gelangst du innerhalb kurzer Zeit zu sanften, hellen Ellenbogen. So gelangst du innerhalb kurzer Zeit zuimeisen, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.